wir hatten im letzten video ein bisschen chaos verursacht war leider nicht schön paar tote dabei aber eigentlich sind die wesen die uns in unserer welt attackieren gar nicht mehr so böse aber da sie unterdrückt werden kann man so ein bisschen verstehen ihre haltung gegenüber uns in unserer welt statt ich hatte was nicht gesehen jetzt hier weiter natürlich nicht hätte sein können es kann ein update vom deck meser es kann sein dass da jetzt paar differenzen sein werden weil ich habe leider automatisch ab jetzt nicht aktiviert und musste leider ins herr auch neu starten aber gut schnell 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 also doch da geht es weiter die musik ist cool aber ah nein 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 da kommt noch eins hier geht es tatsächlich weiter ach du scheiß wie viel gibt es von denen eigentlich ist das so ein wespen ist wo wir gerade reingeschoppt jetzt kommt noch die hündchen dazu kontakt nicht richtig dagegen nein hier lassen wir in ruhe da von da kamen wir hauptsächlich haben den einen attackiert da oben sind noch welche ich bin so wie es aussieht einfach nur im kreis gelaufen nein hier geht es nicht weiter noch mal checkt aber hier gibt es so eine wurzel da geht es noch nirgendwo lang das ist schon cool aber wieso sind da so viele von diesen piechern was auch immer die sind ich habe es wäre so eine von blick meser irgendwie so ein roboter und irgendwas blutiges fleischiges wie auch immer alle hopp da ist schon wieder das nächste ah alter dieses fette ah da war immer so ein jump ding ah weiter 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 na ich sollte lieber hochlaufen weil unten geht es ja nicht weiter die was auch immer jetzt gerade passiert ist ah überall welche überall irgendwelche und hopp auch die so viele ja rüber kommt die nicht ne ein bisschen munition war ja nötig für die hühnchen und so weiter aber ansonsten haben wir es gut hinbekommen nur ich habe keine panzerung mehr ja lass mich doch hier drüber ach so wenn ich sprinte neutralisiere ich sozusagen das sind das viele aber jetzt ist nur bescheid das scheint halt von dieser welt zu stammen und nicht von black mese selbst mal gucken wo wir jetzt landen werden naja das geht doch bis ganz nach oben sogar hat das ding ist größer als ich gedacht hatte ja gut ja felsen komm ich irgendwo hoch nein wahrscheinlich links rum aber nein hinter dem wasserfall schein nichts zu sein oder da runter kann ich nicht vorwärts auch nicht wie sieht es denn hier aus nein nein ok könnte ja sein können ist auch in den meisten spielen so hinterm wasserfall ok aber jetzt komme ich nicht weiter ah oder nee leider doch nicht das sah gerade für einen kurzen raum gibts so aus ja gut hätte ja sein können dass es ein rätsel ist oder so aber ok aber jetzt seht ihr was ich meinte mit dem update jetzt sind auch untertiteln auf deutsch verfügbar aber gut kommt ein bisschen zu spät ne da geht es ja nicht mehr weiter